Servus, liebe Leute, heute meiner, Pascal, hatte recht mit dem Tunnelgräber, ich hab's euch doch gesagt, zu 100% war ich mir eigentlich schon sicher, dass der kommen wird. Hat man in dem einen Bild auch gesehen, ich hab euch mal die Stats vorbereitet, kurz ein Bild, wie ihr euch im richtigen Game aussieht und ein kurzes Gameplay euch zu zeigen, also, man sieht sich, bis gleich. Als erstes mal kurz der Miner, hier sieht es so, sieht er aus, ein bisschen farbenfroh, hätte man ihn machen können, er hat einfach eine schaufelnde Hand, einen Helm mit einer Kerze auf dem Kopf, sieht aus wie ein Clash Royale, hab ich ja schon ein Video hochgebracht, also nichts besonderes und mal kurz zu seinen Stats. Seine Stats sind ziemlich stark aus, meiner Level 2 ist das jetzt in diesem Fall, das ist ein Screenshot, falls ihr euch wundert, Damage per Second 88, Hitpoints 550 und Trainingskosten 4800 Elixir, ist auf jeden Fall dann bei Kaserne Level 12 verfügbar, weiß noch nicht, wie sie das mit dem Platz und so machen, aber okay. Favourite Target, Any Damage Type, Single Target, Targets Ground, Housing Space, also Platz, den er braucht 5, Zeit zum Trainieren 5 Minuten und Schnelligkeit 24. Den unteren Text, das spreche ich euch jetzt mal und wir gehen gleich ins Gameplay. Hier sehen wir mal den Miner in Aktion, sieht auf jeden Fall ziemlich stark aus, denn er haut einfach mit der Schaufel richtig auf die Gebäude drauf und gräbt sich dann den Weg frei. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig für die umliegenden Dev-Gebäude oder so den Miner zu fassen, denn er geht wirklich immer weiter ab, runter, hoch, was auch immer. Wenn euch das Sneakby gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, haut rein, bis dann, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.